Zumindest haben wir auch einen Mann dabei. Die Frauenquote ist gut bei uns, würde ich sagen. Kann sich niemand beschweren. Also ich würde so gucken, dass diese Agenten ein bisschen aufgeteilt werden, dass nicht alle gleich reinrennen. Das heißt, wir lenken mal zum Beispiel auch zwei ab. Wir lassen einen schon mal rein. Ich würde ihn jetzt auch mal, ich mache keinen Alarm, sondern würde ihn einfach mal reinlassen. Um zu gucken, wie das mit den Überwachungskameras funktioniert. Wie wäre es beim Speichern vorher? Oh nein, wieso ist denn die Folge schon wieder zu lang? Egal. Dann ziehen wir halt schon eine zweite. Cool, Karaoke-Show, yeah. Noch kein Verdacht, okay. Ablenken, Freunde. Warum lenkt denn noch niemand ab? Wieso lenkt hier niemand ab? Lenkt niemand ab. Wir gehen alle direkt rein. Wie frech! Ist mir frech. Okay, Ablenkung ist durch, Leute. Das wird nichts mehr. Ich lasse jetzt trotzdem erstmal reinlaufen, bevor ich sie markiert zum Töten. Wir kriegen auch in der Lörd, oder? Okay, unsere Fallen haben auch funktioniert. Ja gut, dann müssen wir jetzt eliminieren, Freunde. Das Ablenken war jetzt nichts. Wo sind denn die anderen Wächter? Ivan! Da haben wir ja gleich ein Problem. Hey, wo sind denn meine anderen Wächter? Das ist nicht so schlimm. Wo sind denn die Wächter? Wo rennt denn ihr hin? Okay, er hat es aber geschafft. Er hat auch noch kein Damage gekriegt. Er ist auch dead? Hä? Mit einem Wächter? Oh! Mit einem Wächter? Was ist das für mich, Boss? Du bist nicht stark. Du bist gar nicht sogar ein Wächter. Nein, aber ein Wächter. Das fand ich jetzt ein bisschen komisch, muss ich gestehen. Wieso sind die denn nicht auf ihren Wächterplatz gegangen und so? Warum rennen die denn wahllos in der Gegend rum? Das verstehe ich nicht. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Aber wir bauen noch ein paar Fallen. Fallen gehen immer. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Äh, wen willig. Also, ein Fan möchte ich eigentlich nicht. Sohn könnte nicht schlecht sein Schwertmeister, ein Samurai Klingt auch geil Also Thema KI, schwieriges Thema Könnte total in die Hose gehen, aber ich glaube das passt in dem Spiel nicht Schon geil Wenn die mich mal verräten, ist ein Problem, weil die beherrscht ja alles Komm, da habe ich Bock drauf Das hört sich spannend an, ich nehme die KI Nehmen wir So, wo kriege ich denn die KI her? Eine Handlanger von der Weltkarte an Äh, ja, wie? Ach, Computer, drei Arbeiter, zwei Techniker Nimm das Netzwerk Oh, verdammt im Axt Bin ich noch nicht Moment, Moment Ähm Ich brauche noch so ein Dingens da Ich habe es gedacht Oh, Menschenskinder Oh, ja Oh, ja Platzmangel Strom ist noch okay Ich hätte gern so ein paar Wanddinger Also zum Beispiel Strom wird langsam knapp Kapazität gleich erreicht Solche Sachen Das war Kurzthema Notstrombatterie Sock den Unterschrift mit Notstrom Falls Probleme Okay Einfach Das ist Wollen ja kein Platz Was ist Why? Es gibt Ich habe es Es gibt Ich habe es Baut Aber Da kommen wir nicht rein Ich wollte aber hier hochアップen Jetzt sitzen wieder alle da. Und wenn Angriff kommt, rennst du einfach wieder alle weg, oder? All die neuen Sachen. Ich sehe, wenn es was Neues gibt. Wo war das jetzt? Das war hier. Geld brauchen wir gerade nicht. Dann könnte man vielleicht in der Zwischenzeit gucken, dass wir den Argon runterkriegen, da wo nichts läuft. Bei Kohle brauchen wir gerade nämlich eh nicht. Wir haben schon viel Argon. Berichten, damit wir die Berichte auch mal wieder ein bisschen wegkriegen. Oh, 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 verdammt. Was soll ich jetzt mal machen? Jetzt habe ich das verloren. Verdammt. Keine Ahnung, wie ich das wiederkriege. Abwarten. Ja, gut, weil das mit den Berichten recht flott ging. Eigentlich. Hier möchte ich den eigenen Handlanger, bitte. Voll Bock drauf. Also ich weiß nicht, das mit dem Tresorraum ist schon krass. Was ist denn wieder voll? Was ist denn? So, im Gang noch eins weitermachen. Weitere ist schöner. Handlanger! Yeah! Soll dieser Hut? Na, hoffentlich macht die uns nicht falsch. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh, Motorland. Glorious Ivania. Ich with sie. Ivania. Do you want to go back? Was? Eventually, yes. For now there is work we must do here. Far from prime eyes. Ich will diesen Palast bauen. Okay. Äh, ja. Furium. Ja, macht natürlich Sinn. Das macht natürlich Sinn. Äh, ich hoffe, wir das auch nicht mehr machen. Ich habe langsam ein kleines Platzproblemchen. Mal ein bisschen platzen, kann ich gegebenenfalls noch eins von erweitern. Also, ganz ehrlich, da brauchen wir auf jeden Fall eine Tür. Das ist ja für den Chef. Das ist doch noch nicht so schick aus, aber nee. Optional Objective complete. Was soll ich denn da denn machen? Irgendwieso. Das wurde aber auch noch gar nicht genutzt. Also, Moralklugheit und so. Ich weiß nicht, ob das richtig gut ist, wird. Moin, Plorn. Können wir das hier mal umbauen ein bisschen, bitte? Das sieht mich echt ein bisschen dappich hier aus. I-M motivational Objective complete. Main objective complete. Hat die uns jetzt schon verraten? Das ging jetzt aber schnell. Die Asche verbrennen. Ähm, okay. Ne, Aufgaben sind aber geil. Bei deiner Flucht aus Ivania musst du ein paar Sachen zurücklassen, die dir sehr am Herz liegen. Dein persönliches Arsenal und dein Bären Mischka. Entsende ein Team, um sie herauszuholen. Rette deinen Truppenkrieg aufbauen. Elimnia, die Mitglieder, die ich betrogen habe. Oh. Ähm. Okay. Wir brauchen einmal auf jeden Fall mehr Stärken. Das würde ich zuerst angehen. Das ist ja nicht so schwer. Nee. Drei Großbetten brauchen wir wahrscheinlich nicht. Jetzt voll die schönen Pflanzen. Grün. Wie viel Platz man bräuchte, wenn man alles schön aufbauen will. Das ist ja das Krasse auch, ne? Was ist jetzt an meinem Weckerkling? Genau, muss ich nicht abholen. Macht Opa. Äh, weiter geht's. Ich würde nämlich gerne noch ein paar Kamerasysteme mit aufbauen. Das ist wenig. So, töte Soldaten. Sind das die Wächter, die ich töten soll? Wächter. Komm. Okay, das ist jetzt überall der Dekor, weil ich jetzt diese geilen Pflanzen... Oh, voll schön, ey. Ich bin absoluter Pflanzen-Fan. Muss ich gestehen. Ich liebe sowas. Auch bei Sims immer... Viele Pflanzen müssen da rein, überall. Das ist ein Muss. Vielleicht nicht hier. Okay, das war vielleicht auch doof. Ja, gebe ich zu. Oh, mir sollte noch schön sein. Wow. Alles klar. Ich habe genug Strom. Ach. Coole Deko kriegt der Herr hier jetzt. Okay. So, dann hieß es hier was von nicht genug Power. Okay. Okay. Dann müssen wir auf der Weltkarte mal noch schauen. Irgendwo muss ich nämlich meinen Bären zurückholen. Rette Offiziere. Okay. Das müssen wir auf jeden Fall... Sind halt schon mal weg damit. Also ich darf jetzt nicht zu viel auf einmal machen. Daher kommt er. Wollen wir schon mal Sendeleistung? Müssen wir mal kurz warten. Hier waren wir leider auch noch nicht. Brauchen wir auch noch Erforschung. Okay. Eine Ermittlerwelle ist eingetroffen. Ich weiß nicht, ob wir Verteidigung brauchen, was die Sachen angeht. Den Türen und so. Was ist er noch? Hat eine Only Menge an Geld. Okay. Ihr dürft weitermachen. Probier ich das noch mal mit dieser Ablenkung. Gucken wir mal, ob es diesmal klappt. Das ist ja nicht so erfolgreich. Vielleicht bräuchte ich ja auch einfach noch mehr Diener. Kann natürlich auch sein, dass wir einfach zu wenig sind. Ich brauche einen größeren Gang. Trinkt man einen Cocktail? Hallo, Cocktail! Brüte Soldaten. Wen habe ich denn getötet? Habe ich denn gerade getötet, bitte? Ablenkung, Freunde! Okay, einer spielt. Beide spielt, dritte spielt. Ah, sehr schön. Das können... Wie das keinem zurückgeht. Cool. Kriegen die dann die Türen nicht mal auf? Kannst du das alles auf drei machen? Auch nicht mal rein, oder? So, ich mache jetzt mal extra nicht diesen Alarm. Eigentlich müssten die doch durch die Kamera jetzt entdeckt werden. Aber irgendwie, es tut sich nichts. Also die Wächter kommen nicht. Hat deine... Wow! Du bist doch... Vielleicht sollte ich jetzt erstmal kämpfen. Was ist denn mit meinen ganzen Wächtern? Ich habe das noch nicht ganz verstanden, wie ich das am besten machen muss, dass sie da richtig kämpfen. Wenn wir uns sagen, wo meine ganzen Wächter sind, bitte. Hallo? Wasch jetzt hier. Ja, Feuer ist jetzt ab, oder hast du keinen Bock mehr drauf? Sorry, ich raff's gerade echt nicht. Ich raff's nicht. Die hauen jetzt ab. Haben aber noch nicht mal Verdacht. Wie geht denn das? So, die sind jetzt weg. Sind es jetzt schlecht? Der haut auch ab. Ivan, hast du... Ja, es sind ein paar unterwegs. Ich habe gerade nur zwei Wächter da anscheinend, aber... Jetzt mach doch mal was! No, you are making me see red. So killt er den denn nicht? Minion, I'm thinking all this battles is quite upsetting. What new? A traitor in our ranks. Jetzt mach's. That's complete. What to do? Lass sie nicht rein. Oh. Okay. Die Eier sind hier zurück. Aber ist es nicht einfacher, alle einfach reinzumachen und zu töten? Weil die sind ja sowas von schnell tot. So ganz sicher. Die Moral ist irgendwie ganz schön scheiße, mein Freund. Ähm. Lukat. Da unserer auch hin. Der ist zwar kein Scherke, aber kriegt er seine Moral damit hoch? No, I will turn a blind eye to this. Jetzt reden. Wer hat hier wieder? Hm. Being well rested is good for fighting. Der war da schon drin und alles hat die Feigen gesehen und hat immer noch Verdacht finden? Task complete. Hat unlängst Produkte mit einhanden Motiven der Form. Okay. Aber Angst vor Hunden. Ich hab das noch nicht ganz verstanden mit diesen, ähm, Agenten, die da kommen. Ganz kapiert. Oh Mensch. Was hab ich hier alles? Äh, das ist ja ein Typ. So viel zu weg. So viel zu weg. So viel zu weg. We need to have a conversation. We got him, boss. Got him good. Larry shot him. So did Radiga and Otis. And then we all punched him a bit. You also got a large number of holes in my holes. Who trained you? Trained? You mean like, learned? Like, what a teacher would do? We ain't no nerd, boss. Yeah, I see the problem. We need a weapons expert. Also wir müssen definitiv einfach mal auf die Weltkarte jetzt gucken. Ähm. Das Problem ist, dass unser Argwohn überall ganz schön nach oben klettert. Das find ich gar nicht geil. Was ist denn der Argwohn so krass? Ich muss erstmal überall den Argwohn, glaube ich, senken. Ich muss gar nichts machen. Das geht schnell, dann kann ich das machen. Ich muss gar nichts machen. Ich muss mal den Argwohn weg. Ich muss gar nichts machen. Die habe ich gerade nicht. Das kann sein, dass mir die Gegend dann wegplatzen wird. Relativ gut aus, außer hier. Kriege ich den aber auch nicht weg, dass das alles nur zu Kohle machen. Ach halt, das da unten gehört noch dazu. Neue Optional Adjektiv. Available. Okay. Ich das nicht erkundet? Ich habe das so ein Ding ins Gebaut gehabt, oder? Ah. Gebaut. Sehnlich. Guck mal gleich mal. Guck mal gleich mal. Hallo, baut ihr mal was? Deine Werte sind wieder gut, mein Freund. Du kannst da wieder weg. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Danke.